Hallo und willkommen ein neuer Part bei Let's Demo und heute werde ich die Demo spiele Bayonetta. So natürlich ist das Bayonetta 2. So und wir können das 15 mal spielen. Also starten wir mal. So die Demo dürfte ich glaube so 20 minuten gehen von Bayonetta. Dann starten wir mal. Was haben wir hier? Okay die ganze Einstellung. Die lassen wir einmal so. So können wir da bestimmt was verändern. Genau machen wir mal auf Deutsch. Gut geht leider nicht. Dann lassen wir das mal auf Japanisch. Ähm natürlich Englisch. Gut dann los geht's. Natürlich werde wir hiermit spielen. Ja. 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 das überspringen. Hier werden uns erstmal die ganze Kombi schon beigebracht. Auch hier die ganze mehr Kombis. Irgendwas klicken, das ist gar nicht mal so falsch. Genauso wie bei Hyrule Warriors. Na komm, ein wenig X und A. Wird schon nicht verkehrt sein. Yeah, und weg ist der. Ok, schieße entweder mit X oder mit A. Können wir schieße. Einfach die Druckhalte. Okay, hier können wir ausschweißen. Und, na komm, schneller. So, jetzt die Sidesauber. Ja, komm so, gib sie ihnen. So, und gehen direkt mal weiter. Und hier die Demo dürfen wir erstmal ein Level, glaub ich, machen. Gibt's ca. 20 Minuten, glaub ich. Dann können wir die erstmal mal erledigen. Ja, wird schon bald. Na komm so, und weg mit dir. Keine Wildis. Und der wäre platt. Auf jeden Fall wäre das Let's Play auf jeden Fall auf meinen Kanal gekommen. Bei 1001 habe ich damals auch Let's Played, für die Xbox damals noch. Und bei 1002 wäre auf meinen Kanal auf jeden Fall auch gekommen. Dann werde ich mal sehen, wann es kommen wird. Auf jeden Fall sehr bald. Dann werde ich beim Spiel auch bald was zulegen. Nächsten Monat oder so, denk ich mal. Oder übernächsten Monat. Na, rein mit dir. Komm, kein Wettbewerb. Nein. Okay, der war sehr blöd. Okay, der war sehr blöd. Hab leider nicht aufgepasst. Hab nebenbei auf das Set ein wenig geachtet. Na, jetzt. Okay, man muss, man muss den mehrmals drücken. Also mehrmals X bammen. Gut, dann bammen wir mal ohne die X. Gut, dann. erledigen wir mal. Okay. Na komm schon, wird's bald. Okay, dann ziehe ich ihn mal ein wenig. So, mit dem Sightower können wir den ordentlich besiegen. Okay, dann hauen wir mal nichts drauf. Ja, ist schon rein mit dir. So, dann machen wir die ganze Jungs erstmal fertig. Wie damals bei Baronete 1. So, dann machen wir die ganze Jungs erstmal fertig. So, dann wenn ich springe, dann sind wir einen kommen. Okay, das war glaube ich das erste Level. Und, komm. Wir dürfen jetzt den hier erledigen. Mal sehen. Mal sehen, wie wir den jetzt erledigen können. Okay, das bringt glaube ich was. Wenn ich das so machen werde. Okay, immer schon dagegen. Okay, das dauert noch wenig bis wir ihn besiegen können. Oh nein, der kommt hinterher. Okay, einfach da drauf. Mach mich schnell mal. So, wir sind ordentlich platt gemacht. Verdammt. So, hauen wir erstmal ab. Okay, geht nicht weiter. Verdammt. Na komm, ein fertig. Ausweißen. Okay, wir haben eine neue Waffe erhalten. Okay, da unten sehen wir die Energieleiste. Dann wissen wir, wieviel wir ihn abziehen müssen. Dann wissen wir, wieviel wir ihn abziehen müssen. Das war schnell. Hast du alles bekommen? Ich habe das Kaviar. Denkst du, sie sind noch offen? Es ist kein Weihnachten ohne Kaviar. Okay, jetzt können wir ihn jetzt noch zusammen erledigen. Mann. Kaum verwechseln. So, wir haben einen Ball im ersten Mal. Na komm, stop son. Okay, ich glaube, wir haben einen Fass. Wir müssen nur kurz gucken, wie wir den besiegen können. Da unten sehen wir jetzt schon wieder die Energieleiste. Dann können wir ihn auf jeden Fall jetzt bald besiegen. Okay, wir werden jetzt noch fast erledigt. Okay, noch ein wenig. Noch ein paar Kombis. Dann wird das Ganze. Na komm, schneller. Ausweise. Schnell. Okay, wir haben nicht aufgepasst. Der hat uns so viel erwischt. Dann beeilen wir es mal. So, ich glaube ganz und besser. Jetzt wissen wir, wie wir ein Blatt machen können. Na komm. Komm. Na komm, noch etwas. Na haben wir den Fass. So, noch L. So, jetzt aber. Komm. Komm. Mal wie ein Kleinholz. So, wir haben immer noch unsere volle Energie. We Bowi? So. Go. Lo brav. Wo Name. So. So. Oh們. So. 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 Ok Leute, das war Bayonetta. Soreza! 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 hier legen dürfe da unten sehen wir wieder schön diese energie leiste dann wissen wir dann wissen wir ganz genau wie wir ihn abziehen können nein mann der hat doch fast besiegt okay dann bessere mir ein wenig nein so können wir nicht besiegen dann versuchen wir ganz normal so jetzt aber oh was für ein monster mann da so voll wie ich komm ausweiße so flieh mir erstmal komm einfach rauf mit ihm okay erstmal ausweißen so bringt das uns nix schnell ausweißen so jetzt wieder ok ok nein hat aber schon ganz gut geschlappt dann werden wir jetzt noch mal loslegen so ausweiße komm stören die seite hin ok so würde ganzer weh Fall was so kommen ein paar Kombis so jetzt aber und dann geht er weiter nach oben mann müssen uns beeilen ok ich würde ordentlich sauer aber jetzt schafften wir ihn auf jeden Fall zu besiegen komm noch ein wenig so jetzt volle mich rauf so jetzt aber oh nein verdammt komm beeil dich mal nein verdammt müssen wir noch ein ganzer energie leicht abziehen erst mal ausweißen erst mal ausweißen komm gib ihm saures komm gib ihm saures soo und erledigt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt Gut, das Level hier hat mir erfolgreich abgeschlossen. So, weiter. Okay, das war die Demo von Bayonetta. Und also hier beendet ich mal das Video und bis dann Leute und haut rein. Okay, das war das Video.